Hallo, herzlich willkommen. Ich habe erstmal eine ganz, ganz große Frage an Elton. Wie machst du denn zum Beispiel manchmal Armtraining oder deine Arme warm? Kannst du mir einen Tipp geben? Ich brauche jetzt einen Tipp, wie mache ich meine Arme warm, damit die so richtig in Sprung sind. Ich sage mal, die Antwort, die ich jetzt im Kopf habe, sage ich lieber nicht. Um Gottes Willen! Elton! Elton, du musst mir helfen! Ja, aber man kann doch, wenn man vom Einkaufen zum Beispiel die Tüten tragen... Oder wie machst du das? Ja, genau so mache ich das.